So Leute, grüßt euch und weiter gehts bei You are Super Mario World U. Leider kann ich wahrscheinlich, finde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht von da an weiter, wo ich schon stehen geblieben bin, weil irgendwie kann ich das Safe State nicht ändern, weil, ähm, ja. Ich habe ja halt, ne, äh, halt, ne, ähm, mein PC neu installiert. Ich habe zwar die Daten so weit gesichert, aber irgendwie lassen die Daten sich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was da jetzt, was das falsch geht, was aufrufen. Egal, ich hatte ja halt noch, äh, ja, so mein Speicher hier gehabt, ne. Also spiele ich jetzt einfach von dieser Möglichkeit aus weiter. Was soll ich jetzt machen? Oh, 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 oh. Alter, war das ein bisschen Glück, ey. Oh, 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 oh. Ladies and Gentlemen, ey. was soll denn der quatsch das war klar dass das ist Was war das für ein Quatsch jetzt? Boah sind die groß, Ladies! Wo denn aber? So, geschafft! Ja, wieder im Wald habe ich gedacht, wir haben das dann hier endlich durch. So, jetzt geht es da weiter. Noch ein bisschen, wir haben das Spiel durch, Leute. Ja, und ein Part, Leute, ist mir leider, muss ich auch noch sagen, abhandengekommen. Das war der 18. Part. Den habe ich aus Versehen gelöscht. Der war irgendwie nicht komplett hochgeladen. Ich dachte, ich dachte, das wäre. Und da wird der schon gelöscht. Und, naja. Das war jetzt ein mächtig großer Fehler von mir. Oh! Oh! Ein bisschen Schädel, ey. Da! Komm! Ey, komm her, du Dummholz! Ja! Ah! Deswegen, aber ein Stück des Schieferlaufes fehlt leider. Oh, das ist jetzt nicht wahr! Oh, das ist jetzt nicht wahr! Na, schau! Na, schau! Ah, nein! Nein! Warte! Oh, das war sogar noch ein bisschen cool! Oh, das war sogar noch ein bisschen cool! Oh! Ja! Ah! Ah! Komm, 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 komm! Ah! So, jetzt haben wir wieder ein Schatzfahrt! Achso, genau! Passt das jetzt! Mario-Time! Moment! Moment! Oh, ich hab sogar den Togen an! Uuuuuh! Moment Leute! Uuuuh! Fast komplett Mist gebaut! So, Moment! Zack! 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 Und Zeit läuft! So, weiter geht's hier! Jiiiiiiiiiii! Jiiiiiii! Jiiiiiii! Oh nein! Das! Was! Oh, scheiße! Ah, nein! Oh, Mann, ey! Das darf doch jetzt nicht wahr sein! Das kann ich wahr. Jetzt fängt es wieder an, komplett unhuman zu werden! Das ist ja noch frecher, aber wie haben wir dieses 5 CD? Wunderbar. Nein, warum sprichst du nicht, du Vollfasten? Wieso sprichst er denn nicht? So, dieses Schloss wird auch wieder einige Parts nach sich ziehen, habe ich das Gefühl. Da ist mir wieder was sauer, Leute. Oh Mann, ey. Komm, haut rein. Ah, nein! Was soll das? Wo sprichst du denn nicht? Hä, der springt nicht, Leute? Ich meine, ihr habt es gesehen, er springt nicht. Also, ihr habt es gesehen, er springt nicht. Da muss ich sagen, da war er bei... Boah, geschafft, ey. Boah, aber wir waren ja auch ja hier schon. Oh Mann! Ja, aber klar, jetzt sieht er ein Schweinehaiver. Wo, 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 wo jetzt? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann, ey! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich bin schon ein Ticken weitergekommen gewesen. Das wird alles nur ganz ordentlich dauern, bis wir das wirklich geschaffen haben. Oh Mann! 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 Oh ne, das geht's doch gar nicht! Ne Leute, das war es. Dieses Schacht ist nicht scharf. Das ist so was von unverschämt gemacht. Warum haben sie denn gemacht, dass diese Kugeln sich da rumdrehen? Was soll denn da? Das ist voll mies! Hör mal nicht zu! Oh scheiße! Mann, das kippt doch jetzt nicht! Keine Ahnung, ich weiß nicht wann das schaffen soll Leute, keine Ahnung. Oh! Ah! Und wie gesagt, wahrscheinlich werde ich das Spiel nochmal spielen müssen. Weil mir der da eine Pan leider abhanden gekommen ist. Ah! Boah! Nein! Scheiße! Boah! Ey, das gibt's doch nicht! Ja Leute, das heißt wir werden jetzt in diesem Level extrem viele Leben verlieren. Das wird wahrscheinlich super lange dauern, bis wir das Level geschafft haben. dass wir jetzt richtig, äh, viel, äh, Versuche geben. Gehen wir. Oh nein! Aja! Mann, jetzt springt er wieder nicht! Ah! Jetzt ist er wieder nicht gesprungen, das kann doch nicht wahr sein! Ah! Ah! Und jetzt wieder vor allem dieses Brech, die alle Knochen die du hast, hast du verstanden, dann geht er auch! Ah! 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 Das geht das gar nicht! Das geht, ne. Sorry Leute, aber das Level ist nicht schaffbar. Das war's, in dieser Version von Super Mario World ist das Level nicht schaffbar. Es ist da einfach, nein, es ist nicht schaffbar. Boah, rin, da war. Boah, schau, vorsichtig. Boah. Da kommt das Ding rum. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Also mit der Stelle weiter ist es gar nicht übersichtlich, wo das runterkommt. Zwischen diesen beiden Dingen. Das soll nicht, wenn man das an diese Kugel dann langkommt, dann erfassen die mich wieder. Oder ich hab grad keine Möglichkeit da überhaupt irgendwie. Das geht gar nicht. Oh. Mario. Wieso springt er denn jetzt schon wieder nicht? Warum springt er denn nicht? Leider war kein Spiel tickig aus, du meinst. Das ist doch voll unfassbar, ey. Das ist hier hier fast wie das Spiel Getting Over It. Wo man nur seine Nerven dran verliert, ey. Boah. Boah. Stopp. Boah. Boah. Gescham. Oh ja, ich war ja auch schon einmal. War aber auch immer schon toll. Oh Mann. Perk impersonal aber. Oh ey, die Mannti. Hab ich so eine Linke. Boah. 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 Wie gekommen ist denn jetzt? Was soll denn das denn jetzt Mario? Warum? Das ist doch ein Vollforsten ey. Hier leben noch. Oh lord, das kann ja nicht mehr. Ne, also wenn wir jetzt noch einmal verlieren, dann muss ich da jetzt erstmal zurückziehen. Dann müssen wir jetzt nochmal wieder ordentlich Leben holen. Oh, der Dunkel ist so blöd, so ein verletztes Spiel. Mario ey. Nichts kannst du, du. Nichts kannst du. Wof... Steigen. Komm 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 Komm. Be 조 zu Csuh 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 Csuh. Nah, 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 nah. Nah. Aw, so資akin. Das geht alles nicht. Und, ne, ne, das war ich. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt jetzt mal wieder ganz wieder Leben holen. Jetzt glaube ich, wieder komplett zurück. Das kann nicht wahr sein, ey. Ja gut, ich glaube, da muss eigentlich auch noch was freigesprägt. Ist auch nicht ganz so wichtig. Mann, ey. So, ich soll mich jetzt mal kurz lieben. Wow. Ich kann Mario nicht leiden. Aber leider bist du dafür, dass Leber noch komplett durchspielen. Zack, zack, zack. Yeah. Yeah. Oh Mann. Oh, oh. Hey. Yee. Oh Mann. Kommst du jetzt voll her. Oh Mann. 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 Na ja, du brauchst doch wieder Scheiße. Ach komm Mario, jetzt sind wir auch zu spinnen hier. Oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Jau, 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 jau. Oh, ho, ho, das war jetzt aber, ho, ho, ho. Oh, ho, gerade noch gut gegangen, ey. Oh, Mann. Oh, komm, sieh zu, sieh zu. Und, ja. Perfekt. So, jetzt können wir auch das Schloss nochmal weiter betreten. Aber, ja, jetzt wird das Schloss wieder komplett von vorne spielen, ne. Glaub ich, vermutlich mal. Setterloft. So, jetzt muss ich gehen. Once habe ich arbeite? Jetzt kann ich an, ich klappe dich rum, wie sagt ihr? Gut Mario, gut! Jetzt die ganze Zeit so verstanden, also hau ich dich weg, wie sagt ihr? Oh no! Was soll das jetzt Mario? Das kann nicht wahr sein! Das kann ja nicht wahr sein! Genau, ich stell mich da oben ganz mal drauf, du denkst, der Dummkopf geht einfach drauf! Oh no man! Jetzt spricht er da wieder an die Geschichte, Jo! Na ma... Was ist das, wenn Arzt nicht, Jo? Geht's auch! Oh man! Oh man! Ah, geht's auch eh! Oh ho 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 ho, yeah! Da na 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 na! Ach, oh boah, das ist... Oh! Oh, das war knapp! Oh nein, 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 nein! Oh! Oh! Scheiße! Oh, na toll! Na toll! Das geht's doch gar nicht! Okay, also das ist offiziell nicht schaffbar. In dieser Version des Spiels nicht. Ich könnte diesen Macher die Knochen dafür brechen, ey! Ich verstehe auch gar nicht, was für eine Scheiße das eigentlich überhaupt ist. Oh, toll! Oh, toll! Oh, no! Oh, no! Mann, das... Ja! Das geht's doch gar nicht! Das geht aber auch gar nicht! Müssen wir den Ding wie noch an der Zunaga hat und ich auch wieder fahren! Ho ho! Hä, wie soll ich denn das hinkriegen da? Das geht's doch gar nicht mitسم. Oh, Mann, ja! Groß, frag Oh, Mann! Oh! Scheiß, doch mal. Oh, nein. Oh, wie, ey. Oh, scheiß, hoffentlich ist es human, ey. Hoffentlich ist es human. Oh, nein. Es ist nicht human. Nein. Bitte nicht. Nein. Nein. Nein, was will ich hier machen? Oh, nein. Das ist definitiv nicht human. Ich weiß nicht, was ich hier machen. Was will ich hier drauf springen oder was? Ich habe keine Ahnung. Oha. Oh, okay. Oh, okay. Oh, das ist ja nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, wahrscheinlich muss ich das Scheiße auch wieder komplett... Oh Gott, zum Glück das nehmt, ey, pfffuh Oh Mann Wow Uch, der Name Das geht doch echt Da springt da einfach das Loch rein und fertig, was soll denn das? Oh nein, jetzt bin ich gerade in der Geparde, oh Ja, ich will aber ich lange, ich muss langsam wieder zurück, nochmal irgendwann, dann müssen wir das ganze Ding schon wieder von vorne spielen, ey Ich sag euch Leute, das Ding zieht sich, dieser Schlossding ist wirklich über einige Parts ziehen Wir haben das geschafft, das wird jetzt super lang und dauern Ich bin ganz normal da hochgesprungen, oh Mann Oh Mann Scheiße, ne Leute, das wird einfach nichts, das war's, Feierabend Das schaffen wir hier nicht mehr Das wird nichts Leider müssen wir noch weitere Parts dazu machen, zu diesem Level hier Weil ich das ja noch einige Mal glaube, scheiß ich komplett von vorne spielen muss Das wird alles Dass wir alle nichts werden, ja Oh nein Was soll denn das jetzt? Scheiße, äh So, jetzt wird's unhuman Jetzt wird's unhuman Ich bin ganz hart Aber ich wende Spiele, denke ich mal, wahrscheinlich noch einmal spielen Und wo wirklich alles da ist Und wo wirklich alles da ist Muach, wie noch, hey Und zack Oh, das war mies Okay, das war's Weil das war gerade richtig eine unverschämte Schweinerei vom Spiel Das darf doch wohl nicht wahr sein Ja, wir sagen weiter geht's in der nächsten Part